Am Dienstag ist das Wetter durchwachsen. Es beginnt Trübel mit vereinzelten sonnigen Abschnitten bei 18 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen bis auf 29 Grad. Vor allem am Nachmittag und Abend ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, die auch sehr ergiebig sein können. Auch in der Nacht fällt bei Werten um 17 Grad immer wieder Regen. Der Mittwoch ist noch freundlich und sommerlich. Am Donnerstag kommt dann der Wetterumschwung zu mehr herzlichem Wetter. Er beginnt mit Dauerregen. Dieser klingt aber zum Mittag ab und das Wetter wird freundlicher. Doch auch am Abend muss noch mit Schauern gerechnet werden. Am Freitag wieder freundlicher, allerdings auch kühler und mit Schauern und Gewittern durchsetzt.